Das Hotel Circa Formenta liegt in Venedig in Huay Nation, Venedig. Das Hotel Circa Formenta ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 20 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,6 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,2 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Zimmer. Mit 5,1 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.